ok und 3-4-all ooooh scavengers auf den da hinten wenn sicher nicht schlecht auf no fun allowed, das wird's echt ganz lustig, das wird ein chaotisches game uff Lala uff Zweif, Zweif, Zweif Jaaah das schaum auf das hütten kann auf ich hoffe er schießt nicht auf mich und wer das wird das und fortschritt auf ihn ausgehen ha 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 um um shit ich habe gott sein kein kopf mit dem Schauen wir wenn das fliegt Bananasplit so lange er mich nicht angreift oh fast okay again no problem I can't play today any longer anyway in half an hour some friends come over so I don't have much time I'm just gonna play one two games record a video for YouTube while doing so and hope for the winner I have a companion in this game so that's kind of nice if he doesn't attack me I don't attack him best choice I could make he's too scared that I just destroy him I think I don't have good weapons so this one is for him though I think that's too far to be honest but let's see I want to hit it here oh never mind it's too short awesome both options are kinda meh oh yeah sorry I made a German video right so I'm gonna talk for the let's go just fiesta this shit closer I'm gonna get that except if he fires the weapon okay Hählen wir hin, würde ich mal sagen. Ich hoffe, er wendet sich nicht gegen mich, ich habe ihn in Ruhe gelassen, also sollte er mich auch in Ruhe lassen. Oh ja, DJ Frost, you are not the last follower of me anymore, I got a new one today. Nice, he missed. Okay, ich darf nicht zu viel gute Items verwenden. Oh ja, ich weiß, ich weiß. Sehr schön Fuck was sich für bleibt 5 6 das sollte passen das sollte ziemlich direkt 5 4 gut am Um, 4, 4. So sollte passen. Ähm, das sollte passen. Stirb bitte. Shit. Das sollte passen. GG. Sehr schön, Alter. GG. Fucking free for all victory. Mann, das war nicht schlecht, muss ich sagen. Herrlich, herrlich. Herrlich. Ähm, okay. Das ist das für das Video und man sieht sich.